Hallo und herzlich Willkommen zu einem Let's Play mit dem T34-3 und ja, ich fahr da einfach mal hier in diese Richtung, ich schätze mal da kommen eventuell so ein paar Lights an und wenn nicht, kann ich den Gegnern da, die da kommen auch doch schon relativ gut einheizen. Leider gerade nur mit 16-17 FPS, kann man aufnehmen, da ist ein Baum unbefallen, so, also demzufolge der Baum ist in die Richtung umgefallen, das heißt, da wird hier jemand langgefahren. So, müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht gleich von unten dieser Typie kommt. Und, ja, da ist ein 1S. Und meine Maus spinnt, und meine Maus spinnt. Scheiße. So, jetzt geht sie wieder. Nein, sie geht doch nicht. Doch, sie geht. Nein, sie geht doch nicht. Scheiße, wenn ich jetzt mit... Boah. Wenn ich gleich mit Touchpad spielen muss, dann bin ich am Arsch. Ich fahr mal ein bisschen hier runter. Ja, anscheinend muss ich gleich mit Touchpad spielen. Uiuiuiuiui. Der ging nicht durch. Der KV-1S hat die schlechte Kanone. Gar nicht crashen. Zum Zweiten... Lol, der VK ist gerade da runtergefallen. Ich bin gerade zum Zweiten mal abgeprallt. Ich pralle andauernd an der Kanonenblende von diesem hässlichen KV-Ding ab. Ja, und der kommt bei mir natürlich durch. Könntest du mal bitte die Schüsse fangen? Wow, T69 von oben. Der war nur auf dich konzentriert, ne? Ah, da drüben. Ich würde sagen, wir schießen jetzt zur Zeit ein bisschen mehr auf den Tiger, weil der hat die bessere Kanone und kann... Hey, wake up. Äh, aus, rausnehmen. Und ich? Na toll. Ja, meine Maus geht nicht. Doch, 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 nein. Nein, geht's nicht. Jetzt muss ich gerade mit Touchpad spielen. Ah, scheiße. So, mit Touchpad spielen, FTW. Scheiße. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Scheiße. Das geht's doch nicht. Ausgerechnet jetzt muss... Muss hier erst alle gehen. Shit. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Zweiter Kill mit Touchpad. Das wird bestimmt jetzt hier voll unprofessionell, dass ich damit Touchpad spielen muss. Mist, jetzt finde ich in die falsche Richtung gefahren. Geht die Maus wieder? Ja, die Maus geht wieder. Okay. Ah, das war ja 3. Das war ja Kartus. So. Hoffentlich kann ich dem E25 auch noch die Artis dienen. Na? Shit, 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 shit. Na, was machst du E25? Was machst du? Was machst du? Feuer erläutert! Feuer erläutert! Feuer erläutert! Feuer erläutert! Sack, was ist verletzt! Krasser Schiss, Alter. Shit. So. Ja, ich weiß schon. Oh, Mist. Ähm, hoffentlich kann ich den... Nein, ich kann ihn nicht ohnehin hätten. Ah, der ist eh hinter den Schienen. Nein, 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 ich will meinen fünften Kill noch. Ich will meinen fünften Kill noch. Die E25 muss hinfahren. Jawohl. Nein, meine Maus ist wieder leer. Krasser Schiss, Alter. Da geht mir ernsthaft zweimal die Maus leer. Meisterschütze Sensenmann. Also, 1725 XP, 62.000 Credits. Geil. Von Damage steht man in erster Stelle. Von XP steht man in erster Stelle. Jetzt ist die Maus wieder leer. Jawohl. So. Potenziell erhalten haben wir 1370. Schaden ermöglicht haben wir 600. Durch Ketten ziehen oder sonstiges. 12 Schüsse, 11 Treffer, wie gesagt. 9 Wirkungstreffer. Ja, das war eine richtig gute Runde, fand ich. Und bis zum nächsten Mal. ... Vielen Dank.